Wir haben das Evangelium gehört und die Lösung ist es nicht, wie gesagt, Sachen von der Schrift wegzustreichen, sondern es gab einen, auch wenn wir alle das Wort, die Schrift nicht erfüllen, aber es gab einen, der die Schrift erfüllt hat und das ist Jesus. Das bringt uns zum Evangelium. Deswegen ist die Lösung nicht, wenn wir Dinge nicht erfüllen können, zu denken, okay, ich streiche das weg, sondern die Lösung ist, auf den einen zu schauen, der die Schrift erfüllt hat, auf den einen zu vertrauen, der die Schrift erfüllt hat und an den einen zu glauben, der die Schrift erfüllt hat. Das ist Jesus Christus, der kam, um Leben zu geben. So bist auch du aufgefordert, Buße zu tun und an Jesus zu glauben, den, der die Schrift erfüllt hat, an sein mächtiges Wort und wenn du das tust, wenn du Buße tust und dann wirst auch du erleben, wie der Same des Wortes Gottes Leben in dir schafft.